Vielen Dank Team Roboto! Sie wollen noch kurz wissen, was passiert? Er hat sich erfolgreich befreit. Zeit wäre noch gewesen, es waren noch 20 Sekunden Zeit. Es hätte vielleicht noch gereicht, um jetzt da was ab... Das wäre sogar richtig gewesen. Es wäre auch noch ungefähr in der Zeit gewesen, zwei, ja knapp. Zeit wäre jetzt vorbei gewesen, also es war kurz vor dem Ablegen. Es war aber kurz vor dem Ablegen, naja, schade. Alles klar, nochmal vielen Dank, Dankeschön. Next Team ist Wulffs. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.